Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video Guess What Happened? Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wir haben unser Haus fast fertig bezogen. Ich bin gerade noch in der alten Wohnung und drehe hier, weil mein Studio noch hier ist. Wir haben uns verlobt, das heißt wir werden bald heiraten und es gibt neue Limited Editions. Freunde, it's a lot. Es ist wirklich extrem viel, was gerade passiert, aber ich bin super, super happy und dachte mir, ich freue mich, dass ich drehen kann. Ich hatte zwar sehr, sehr viele Videos vorgedreht, aber bei Limited Editions, Freunde, da kennt ihr mich. Da kann ich nicht warten. Das müssen wir gleich machen, denn die Limited Editions, die ihr diese Woche sehen werdet, sind auch ab dieser Woche offiziell zu haben. Und wir starten heute, ich glaube heute ist Montag, wenn ihr das Video seht, mit der Greetings from Lisbon-Kollektion von Rival Loves Me. Rival Loves Me hat zwei REs gleichzeitig rausgebracht und die werdet ihr diese Woche sehen. Heute und ich glaube am Freitag noch eine und wir starten aber mit dieser hier, denn das war tatsächlich das erste PR-Paket, was bei mir im Haus angekommen ist. Ich habe es wieder hier mit hergebracht, um mit euch zwei schöne Looks zu schminken und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr könnt den Sommer mehr oder weniger genießen. Es ist berührend heiß hier drin. Ich habe kein Höschen an und ich würde vorschlagen, wir starten. Also, ich habe ein Höschen an, aber keiner. Egal. Freunde, meine Base ist schon drauf. Wir haben nämlich nichts wirklich für die Base außer die Highlighter-Palette. Wir haben zwei Lidschatten-Paletten, ein Augenbrauenprodukt, zwei Nagellacke und einen Pinsel. Ich zeige euch erstmal die Nagellacke kurz. Die trage ich persönlich ja nicht auf meinen Fingernägeln. Ich dachte, ich zeige sie euch einfach nochmal kurz. Ich muss sagen, die Farben sind wirklich wunderschön. Das ist so ein zarter, flieder Ton, ganz heller Ton. Der hat aber Glitzerpartikel mit drin, die so ein bisschen Duochrome schimmern. Im Spiegel sehe ich gerade blau und hier sehe ich rosa. Genau dasselbe Spiel bei diesem Ton. Der geht so ein bisschen in die Elfenbeinrichtung. Hat aber auch blaue, rosa, so ein bisschen Duochrome, Multichrome-Partikel mit drin. Finde ich sehr schön. Auch die ganze Kollektion ist von der Aufmachung her extrem schön gemacht. Ich war leider noch nie in Lissabon, aber genau so stelle ich mir die, es sei wie in Barcelona, diese Gaudi-Mosaike. Schön gemacht. Super. Wir kommen aber zu der Highlighter-Palette und das, Freunde. Highlighter, da sind wir Profis. Und dafür gibt es passenderweise einen Pinsel. Und den finde ich persönlich wirklich, wirklich schön. Hier steht hinten drauf, der Rival Loves Me Fächerpinsel aus hochwertigem, synthetischen Pinselhaar eignet sich ideal zum Auftragen von pudrigen Texturen. Mit der aufgefächerten Form lassen sich wunderschöne Highlights setzen, um verschiedene Gesichtspartien hervorzuheben. Das Ganze ist vegan. Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier und 100% recyceltem Plastik. Und so sieht das Schätzchen einmal aus. Er fühlt sich tatsächlich sehr, sehr gut an. Ich muss sagen, ich liebe dieses Muster. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Art Deko-Kollektion, die ich euch vor ein paar Monaten gezeigt habe. Er ist sehr schön flach. Passend dazu gibt es diese Highlighter-Palette. Auch die ist vegan und hat sogar einen kleinen Pinsel mit drin. Ihr wisst es, ich brauche die nicht unbedingt, aber die Farben sehen wirklich schön aus. Wir haben so einen Champagnerton, einen etwas dunkleren. Und der geht schon fast so ein bisschen in die Orange-Richtung in der Realität. Und das ist ein schöner Kupferton. Also wirklich für alle Hautfarben wieder was mit dabei, was man damit sehr, sehr gut machen kann mit den Highlightern von River Loves Me, die auf den Augen verwenden. Wenn euch beispielsweise diese Farbe hier zu dunkel ist, die auf den Augen sieht fantastisch aus. Erst Butter, ich swatche euch. Die Farben sind wirklich butter, butterweich. Tatsächlich ist der dunkelste sehr, 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 sehr cremig. Den kann ich mir wirklich gut als Lidschatten vorstellen. Ich gehe jetzt einfach mit dem Highlighter-Brush einfach mal so ein bisschen in alle rein und schaue mal, wie das Ganze auf meiner Haut aussieht. Der ist sehr, sehr weich auf der Haut und man sieht sofort was. Tatsächlich ist der nicht so blinding, wie die Highlighter früher waren, sondern er ist recht zart. Könnte jetzt aber auch am Pinsel liegen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hier mit einem rein und baue mir das Ganze ein bisschen auf. Aber auch hier, nein, er ist ein sehr schöner, subtiler Glow, ne? Also das ist nicht so... Erinnert ihr euch noch an meine Highlighter-Palette mit Luvia? Die war ja wirklich boom. Marslandebahn. Das ist ein zarter Ton, der auch wirklich schön mit der Haut verschmilzt und einfach so ein Glow gibt. Ich bin ja nicht mehr so die Highlighter-Maus, so richtig Highlighter im Gesicht. Ich benutze lieber so Finishing-Pouders. Kann man da mit Sicherheit aber auch machen, ne? Also das Overall einfach so in einer ganz leichten Schicht übers Gesicht geben, um einen schönen Effekt zu haben. Fühlt sich gut an, liegt gut in der Hand, sieht wunderschön aus und funktioniert natürlich auch. Beim nächsten Produkt, Freunde, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ihr erinnert euch, es gab mal von Benefit diesen Augenbrauen-Liner. Den gab es dann auch von Rival Loves Me. Der ist so ein bisschen angepasst an dieser Kollektion. Ihr habt hier vier verschiedene Farben mit drin. Einen hellen, blonden Ton, einen kühlen, braunen, einen warmen braun und einen sehr, sehr, sehr dunklen Ton. Prinzipiell sind die sehr, sehr gut. Was mir jetzt hier auffällt im Vergleich zum Benefit auf jeden Fall, die Spitze ist sehr, sehr präzise. Damals bei Benefit war das wirklich so eine richtig dicke, runde Spitze und du konntest damit keine Details malen. Diese Spitze ist winzig, winzig klein und ich glaube, dass man damit sehr gut arbeiten kann. Ich gehe jetzt einfach mal hier aus. Oh, krass. Sekunde, ich hole euch mal ein Stückchen näher. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe neulich, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ich habe so viel vorgedreht, dass ich den Überblick verloren habe. Aber ich habe das Ding von Benefit aussortiert, weil mich da die Formulierung gestört hat. Die war sehr, sehr cremig, was auf der einen Seite gut ist, aber nicht beim Augenbrauenstift. Da möchte ich, dass er ein bisschen härter ist, dass ich wirklich eine präzise Linie malen kann. Das kann ich hiermit sehr, 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 sehr gut. Die Spitze ist schön spitz, ergibt nicht zu viel Farbe ab, sodass ich wirklich die Augenbraue punktuell dunkler machen kann. Ich nehme mal eine andere Farbe. Ich gehe jetzt mal in dieses hellere Braun und gehe damit hier vorne hin. Okay. Okay. Bin ich tatsächlich so ein bisschen schockerader? Ihr kennt es ja von mir, ne? Ich habe ja meistens eine Meinung schon zu einem Produkt, eine voreingenommene Meinung. Und wenn das dann mich aber anders trifft oder ich was anderes feststelle, dann ist das schon gar nicht schlecht. Mir gefällt die Augenbraue sehr gut. Ich gehe jetzt nochmal in den dunkelsten Ton und mache mir so kleine Striche mit rein. Wow. Krass. Die Farben sind sehr gut. Also, die Farbe an sich ist sehr, sehr gut. Sie ist nicht zu dunkel oder keine von denen ist zu dunkel. Man kann es wirklich so ein bisschen anpassen. Und sie sind schön kühl. Außer halt, wie gesagt, diese eine hier. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben nicht braune Haare. Okay. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob sie was verändert haben oder ob sich einfach mein Gefühl verändert hat. Ich mag es sehr gerne. Das ist etwas für, wenn du wirklich eine sehr starke Augenbraue haben möchtest. Oder wenn du nur punktuell einarbeiten möchtest und dir mit der Farbe so unsicher bist. Dann hast du hier einfach vier verschiedene Farben. Ich habe die Preise jetzt leider noch nicht hier. Ich gucke online nachher mal. Vielleicht 2,99 maximal. Und dafür viel Farben ist gar nicht schlecht. Gefällt mir gut. Bin ich tatsächlich, ja, positiv überrascht. Weil es wirklich gut funktioniert hat und halt nicht so schmierig war wie das Benefit-Ding. Ich weiß nicht, ob das Video online ist. Falls ja, verlinke ich es euch einmal hier in der Ecke. Alright. Und jetzt, Freunde, wird es tatsächlich spannend. Denn wir haben zwei Lidschattenpaletten hier. Einmal die Greetings from Lesborn Palette Oceano Atlantico. Und die Farbe Beach Club Date. Die ist sehr, 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 sehr bunt. Wir haben schöne, helle, leuchtende Farben mit drin. Wir haben Grüntöne, wir haben Rosa, wir haben so Neontöne. Aber auch schöne Farben für den Alltag. Auf der anderen Seite, und die gefällt mir fast noch besser. Weil ich sie so in der Drogerie sehr, 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 sehr selten finde. Beziehungsweise bis jetzt eigentlich gar nicht. Wir haben Petrol, wir haben Aquamarine, wir haben Blau, wir haben Orang, wir haben Grün, wir haben Braun. Auch hier Alltag und bunt. Ich glaube, ich möchte nur was mit dieser Palette. Wir starten erstmal mit der und dann schauen wir mal. Wie findet ihr die? Schreibt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare, wie ihr die Kollektion findet. Optisch, farblich? Wahnsinn. Und da muss ich sagen, das macht Rivala wirklich sehr, sehr gut. Dass sie nicht mehr nur auf diese Braun gehen, was sich immer irgendwie verkauft. Sondern sie trauen sich so ein bisschen was. Und das ist selten. Das ist selten bei Limited Editions, dass da wirklich was Mutiges mit dabei ist. Und das haben sie mit der Palette definitiv gemacht für die Drogerie. Ich starte jetzt einfach mal mit diesem Grünton hier. Gehe mit dem Letizia und Maxim Brush Nummer 2 rein. Und arbeite mir den hier in die Lidfalte. Das ist ein sehr, sehr schöner Grünton. Ich gucke mal, wie er in der Kamera rauskommt. Dass ich die Farben so ein bisschen anpasse. Und blende das mit dem Grün hier oben leicht aus. Die Farben blenden sich tatsächlich sehr, sehr gut ineinander über. Die sind jetzt nicht so super, super cremig. Erwarte ich jetzt aber auch bei einer 4 Euro Palette nicht. Also du kannst eine 4 Euro Palette nicht mit Natascha Denona von der Textur vergleichen. Farblich ist sie aber wirklich schön. Du kannst jetzt theoretisch einen richtig schönen Kanarienvogel-Look mitschminken. Wir bleiben heute aber mal ein bisschen zarter. So zart, wie man halt mit Blau sein kann. Fühlt sich sehr, sehr gut auf dem Auge an. Muss man sagen. Ich nehme jetzt noch mal einen kleinen Pinsel. Gehe hier rein. Wir haben ein bisschen Kickback. Aber es ist eine wunderschöne Farbe. Ich gehe jetzt hier in diesen Blauton rein. Und presse mir den hier außen schon mal hin. und blende mir damit so ein bisschen die Lidfalte etwas dunkler. Theoretisch, was ich euch empfehle mit so einer Palette im Alltag vielleicht, wenn ihr euch nicht traut, wirklich bunte Lidschatten zu tragen, macht euer klassisches braunes Auge. Hier ein schöner Ton für die Crease, hier zum Verdunkeln. Und dann hast du ja wirklich viele, viele Farben, um so einen Pop of Color zu setzen. Also in den Innenwinkel vielleicht ein bisschen blau oder ein bisschen grün. Das sieht aus wie Limone von meiner Catrice Palette. Wahnsinnig schöne Farbe. Du kannst super, super viel damit machen. Außen gehe ich hier in diese beiden dunkleren Blautöne und verdunkel mir das noch ein kleines Stückchen. Aber ihr seht es, die Farbe ist auf dem Auge sehr, 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 sehr weich. Und vermutlich waren da jetzt vielleicht drei Schnitte drin. Es ging extrem schnell. Du kannst auch mit dem grünen hier nochmal rübergehen und das Ganze so ein bisschen aufhellen. I love it. Okay, krass. Ich nehme mir jetzt mal hier einen flachen Pinsel und gehe jetzt erstmal hier in diesen Blauton. Der sieht nämlich super, super cremig aus wahrscheinlich. Wir nehmen den Finger. Der ist extrem weich. Also du kannst ihn richtig schieben, so weich ist der. Und den gebe ich mir auf mein... What is this? Ich mische noch ein bisschen Grün mit rein vorne. Ist ja aus wie der Regenbogenfisch. Okay, was für eine krasse, krasse Farbe. Die ist vom Unterton her so ein bisschen transparent und hat dann so einen ganz cremigen blauen Touch mit drin. Es kann man schwer swatchen, ihr seht das. Aber auf dem Auge funktioniert das wahnsinnig gut. So ein bisschen silbrig, ein bisschen blau. Come through. Schneller als gedacht. Und sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Wie gesagt, ich glaube, wenn du die Farben so ein bisschen in deinen Alltag mit einbinden willst, ein Pop of Color ins Inner Corner. Total trendy aktuell, ne? Also wirklich nur so ein bisschen. Das bringt das ganze sommerliche Feeling mit dazu. Das gibt mir jetzt Blue Lagoon Vibes. Wow. Ich ziehe mir mal schnell einen Eyeliner. Ich habe nämlich ein bisschen geübt. Ich finde, es gibt im Auge noch so ein bisschen mehr Dimension. Oh, wow. Okay. Liebe ich sehr. Auf der anderen Seite machen wir mal einen richtig schönen Frühlingslook. Frühlingslook, wir haben Hochsommer, Maxim. Und zwar Hot Hot Pink. Ich starte mit diesem Orange. Das ist schon fast so ein Neonton. Feuchte Base wäre hier sehr, 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 sehr gut bei diesen helleren Tönen. Aber auch der scheint, ne? Also, ich weiß nicht, ob das, ja doch, ihr könnt das, glaube ich, sehen, ne? Der Bildschirm hier ist halt immer nicht so auf die Farben eingestellt. Das gibt dir einen richtigen Summerfeeling-Look. Du kannst ja auch diesen Monochrom-Look schminken, ne? Also wirklich nur einen ganz, ganz zarten, zart, einen krassen Ton und den komplett aufs bewegliche Lid. Sieht komplett aufs ganze Augen und du hast einen unterhaltsamen Look, ne? Der dir so ein bisschen Freude bereitet, wenn du in den Spiegel schaust. Können wir, glaube ich, im Moment alle gebrauchen. Und das blende ich hier mit diesem Pink etwas hier oben nur ganz leicht aus, um wieder ein bisschen mehr Pinky reinzukriegen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen mutiger, diese pinken Töne für den Alltag. Wobei auch so ein Blauton eigentlich immer sehr schön funktioniert. Der ist halt wirklich Sommer. Das ist die Sommerpalette und die blaue ist auch Sommer. Du kannst damit aber wirklich das ein bisschen alltagstauglicher machen. Das ist jetzt vielleicht eine Palette, mit der ich für Events arbeiten würde. Ich nehme jetzt mal den Pinsel und gehe hier in das Grün. Keine Ahnung, wie es zusammen aussehen wird. Ein bisschen Colorblocking. Ist der aus wie eine Wassermelone? Es sind viele Matts hier drin. Oh, wisst ihr was? Guck mal, die Farbe passt ja jetzt perfekt hierzu, zu diesem Schimmergrün. Da gehe ich jetzt hier nochmal ein bisschen rein, um hier noch ein bisschen mehr Schimmer reinzukriegen. Oh, wow. Das finde ich nice. Das ist sehr, sehr mutig. Das ist sehr sophisticated, sehr frühling, ne? Aber du kannst damit einfach nochmal ein ganz anderes Statement setzen. Das ist jetzt mit dem Eyeliner sehr, sehr casual gemacht. Das ist einfach Hallo, ich bin da. Ich liebe Farbe auf den Augen. Und ich glaube, mehr würde ich da auch gar nicht machen. Du hast drei Farben. Du hast Grün, du hast ein bisschen Orange und ein bisschen Rosa außen ausgeblendet. Das könntest du dir natürlich auch noch so ein bisschen avantgardistisch in den Blush mit reinmischen. Komm, Freunde, ihr kennt mich. Ich versau es am Ende meistens immer. Ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen in die Töne rein. Der Pinsel sieht bunt aus. Mische mir das auf meiner Hand zusammen und gehe jetzt hier einfach noch so ein bisschen rüber. Und habe dadurch natürlich einen ganz, ganz anderen Look, der sehr intens ist. Das ist bunt. Und ich habe es vermisst. Ich habe jetzt bestimmt zwei Wochen lang nicht mehr gedreht. Und mir hat das so gefehlt. Und jetzt ein bisschen Highlighter. What is this? Das ist Ariel, die kleine Meerjungfrau. Das ist Hallo, ich bin Maxim. Ich gehe gerade auf den CSD. Auf die Lippen gebe ich mir den Revalazmi Shinebomb Lipgloss in der Farbe Toffee Lover. Der ist so ein bisschen nudiger und sorgt dafür, dass das Ganze so ein bisschen mehr zusammenpasst. Und ganz ehrlich, ich kann euch gerade gar nicht sagen, welche Seite... Also mir gefällt das jetzt besser, weil ich diesen Overblush-Look extrem gerne bei mir mag. Das ist aber ein schöner Look. Der ist bunt, der ist laut, der ist blau. Du könntest natürlich auch mit diesem weißen oder blauen Liner von Revalazmi aus dem Sortiment-Update arbeiten. Aber das schreit für mich Sommer. Krasse Kollektion, habe ich so nicht erwartet. Ich dachte, okay, zwei Lidschattenpaletten, ein bisschen Highlighter. Selbst das Augenbrauending hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Bei den Nagellacken, wie gesagt, trage ich nicht. Kann ich mir aber gut vorstellen mit einem Überlack oder Unterlack. Keine Ahnung, da bin ich die falsche Maus für. Dass das dann gut funktioniert. Ich bin super gespannt, was eure Meinung zu dieser Kollektion ist. Denn das ist für mich eine schöne Sommerkollektion, die jetzt perfekt zur Jahreszeit passt. Vielleicht, wenn man wirklich jetzt in den Süden fliegt oder fährt, um ein bisschen Urlaub zu machen und einfach am Strand ein bisschen Farbe haben möchte, könnte die bunte Palette, die Beach Club Date, passt ja, Beach Club, perfekt sein. Das Blau, wie gesagt, kannst du ein schönes Highlight setzen. Die Texturen sind sehr, sehr spannend bei den Paletten. Also vor allem bei der blauen, da hast du ganz andere Formulierungen, die cremig sind, wie der Schimmerton. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Freunde, heute endlich wieder zu drehen. Ich bin gespannt, was ihr zu den Looks sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Produkte sollten ab jetzt eigentlich in der Drogerie sein. Ihr kennt das Spiel. Manches ist früher da, manches ist später da. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns Mittwoch hier wieder. Tschüss! Reise.